Was hat der Benzinpreis mit der Inflation und den Aktienmärkten zu tun? Nun, eine ganze Menge, denn all das, nämlich der hohe Benzinpreis, wie auch die Inflation, wie auch die fallenden Aktienmärkte, zerstören derzeit einige Träume von Menschen, die gedacht haben, geht ja auch ohne Arbeiten, Stonks always go up. Die Aktienmärkte steigen doch ewig. Jetzt stellt man fest, es ist nicht der Fall. Man leidet unter Inflation, gleichzeitig sind die Gewinne an den Aktienmärkten futsch, die man erzielt hatte, als die amerikanische Regierung Helikopterschecks verteilt hatte. Und jetzt sehen wir einen mentalen Umschwung, nicht nur in den USA, sondern man könnte sagen, in der gesamten westlichen Welt erinnert ja alles sehr, sehr stark an die 1970er Jahre mit dieser Stagflation aus, hohem Ölpreis und dann sich abschwächender Wirtschaft. Das will ich in diesem Video mal eine kurze zeigen. Wir sehen in den USA, der Optimismus ist wäsch. Economic Optimism has collapsed under Biden, wie eine Umfrage zeigt. Die Amerikaner werden immer skeptischer, was die Wirtschaft betrifft. Warum? Weil sie vor allem diese Inflation an der Tankstelle geradezu symbolisch erleben. Die müssen jetzt durchschnittlich 5000 Dollar pro Jahr für Benzin ausgeben. Vor einem Jahr war es noch die Hälfte etwa. Und jetzt hat das Abgeordnetenhaus in den USA eine sogenannte Fuel Price Gawking Bill verabschiedet. Das bedeutet, dass Präsident Biden eine Art Energy Emergency, eine Art Energienotstand ausrufen kann, womit dann wiederum die Regierung komplett in die Märkte eingreifen kann, die Preise deckeln kann, bestimmte Zwangsmaßnahmen verkünden kann. Also all das riecht so ein bisschen nach Panik, riecht so ein bisschen nach, wir haben echt Stress. Und dieser Stress ist hier unten, wie Sie sehen, eben bedingt auch durch diesen ziemlich steilen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise. Nicht nur in den USA, die Raffinerien machen derzeit das große Geschäft. Der Ölpreis steigt ja gar nicht mehr eigentlich, aber die Preise gehen nach oben, weiter ungebremst nach oben, könnte man sagen. Und das bedeutet, dass die Inflation sich natürlich weiter erhöhen dürfte. In einem so riesigen Land wie die USA, wie den USA, da muss man halt viel Auto fahren. Teilweise, wenn man Entfernungen überwinden will, zumal das Eisenbahnnetz nicht wirklich ganz hervorragend ist. Also hier sehen wir, wie die Preise nach oben schießen. Und hier hat zum Beispiel mein lieber Kollege Michael Silver von Figuring Out Money getwittert. Er hat jetzt für 12 Galonen 73 Dollar bezahlt. Also er hat seinen Tank voll gemacht und hat dafür 73 Dollar bezahlt. Und ist völlig von den Socken gesagt, ich fahre nicht so oft Auto. Da hat es mich echt weggehauen, als ich das gesehen habe. Nun ja, in Deutschland, da kann man ganz bequem mal für 100 oder sogar mehr Euro tanken, um seinen Tank voll zu machen. Und hier sehen wir oben in dieser Grafik, warum in den USA sich das wahrscheinlich nicht ändern wird. Weil die Lager leer sind oder viel leerer als in den Vorjahren. Hier sehen wir aktuell, 2022 weist das nach unten. In den Vorjahren war das auf deutlich höherem Niveau. Das heißt, hier haben wir wirklich Tendenzen in Richtung Knappheit. Und das führt zu höheren Preisen. Das verunsichert die Konsumenten. In Großbritannien sehen wir etwa, dass jetzt das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit der 1970er Jahre zurückgefallen ist. Also wieder die 1970er Jahre. Und jetzt sehen wir natürlich, das verstetigt die Inflation. Wir müssen jetzt, so sagt JP Morgan, vielleicht unsere Inflationserwartung nach oben nehmen, nachdem wir gesehen haben, wie dauerhaft dieser Anstieg an der Tankstelle ist. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen dem Benzinpreis, Inverted, und dem realen PCE, also den realen Personal Consumption Expenditure, Inflationsdaten. Und jetzt kommt noch hinzu, dass natürlich die, vor allem die Amerikaner, die Deutschen haben es nicht gemacht, aber die Amerikaner haben das gemacht als Volkssport. Ich mache mit Aktien oder mit Optionen richtig fette Gewinne an der Börse. Das hat sehr, sehr lange geklappt. Jetzt sehen wir aber, dass etwa der Gruppen 6 US Retail Favorites Basket, also die Aktien, die die Privatinvestoren am liebsten gekauft haben, dass der jetzt seine gesamte Outperformance, seine gesamte bessere Performance gegenüber dem Leitindex S&P 500 wieder abgegeben hat. Das tut vielen, vielen Menschen weh. Und so sehen wir hier in der oberen Grafik, dass der Anteil derjenigen, die wieder arbeiten gehen, die über 55 sind, jetzt zuletzt ziemlich deutlich gestiegen ist. Die obere Grafik, wie gesagt, ein Grund ist natürlich die Inflation. Hier sagt diese Dame, ich muss wieder arbeiten gehen, obwohl ich mich eigentlich da schon verabschiedet hatte. Und das hat natürlich auch, wie sie sagt, Also die Amerikaner haben ja praktisch immer so Aktien-Sparpläne, kann man sagen, oder sehr, sehr viele Amerikaner, und wenn die Aktienmärkte fallen, dann ist im Prinzip das, was man dann von diesen Sparplänen später als Rente zu erwarten hat, natürlich deutlich weniger. Das heißt, hier spielen die Aktienmärkte eine ganz wichtige Rolle, auch für die Altersvorsorge der Menschen. Und wenn die Leute jetzt sehen, oh, das wird weniger, dann muss ich wieder arbeiten gehen. Und das könnte einen Zusammenhang geben zwischen Arbeitsmarkt und eben den Aktienmärkten. Und wir haben ja gesehen, wir haben etwa doppelt so viele offene Stellen wie offiziell Arbeitslose in den USA. Der Arbeitsmarkt total heiß, weil viele auch gedacht haben, reicht. Aktienmärkte steigen immer, das tut meinen Pensionsrückstellungen gut. Und außerdem habe ich eh schön rumgezockt. Und das ist jetzt alles in Frage gestellt und dürfte dazu führen, dass viele Menschen wieder in den Arbeitsmarkt drängen, was dann wiederum diese Lohnpreisspirale vielleicht nach weniger stark explodieren lassen wird. Und das ist eben bei Inflation immer so. Die eigentliche Heilung für höhere Preise sind höhere Preise. Irgendwann können die Konsumenten nicht mehr bezahlen, sind praktisch am Limit. Das haben jetzt Target und Walmart ja gesagt, als sie gesagt haben, oh, wir können vielleicht unsere Kosten gar nicht entsprechend weitergeben, weil die Konsumenten sind schon Oberkante, Unterlippe. Und wir sehen hier City Economics Surprise Index, also die Abweichung der hereinkommenden Konjunkturdaten von der Erwartung, negativ, deutlich jetzt nach unten gerichtet. Wir sehen unten in der Grafik, dass die Leute beginnen, ihre Ausgaben einzuschränken bei den Kreditkartenausgaben. Und das obwohl ja, und diesen nominal berechnet, obwohl ja die Inflation steigt. Also da sehen wir einen Zusammenhang, der offenkundig ist. Und einen Zusammenhang gibt es hier auch in Deutschland. Eben mit diesem Eingreifen dann in die Märkte. Jetzt gibt es ja von der Bundesregierung den sogenannten Tankrabatt. Da dürfte dann etwa Benzin, Superbenzin, so 34 Cent pro Liter günstiger werden. Diesel nur 17 Cent. Was bedeuten wird, dass natürlich ab 1. Juni dann wahrscheinlich sich lange Schlangenbilden an den Tankstellen, weil die Leute warten. Jetzt haben viele Tankstellenbetreiber schon gewarnt, ja, dann kann es sein, dass praktisch die Tankstellen leer sind, eine gewisse Zeit lang, weil alle eben zur selben Zeit dann tanken wollen. Und ich halte das für fragwürdig. Da profitieren dann sehr reiche Leute gleichermaßen wie ärmere Leute. Das ist natürlich vielleicht nicht die beste Idee. Jedenfalls all das, nämlich die steigenden Benzinpreise, die Inflation hat dazu geführt, dass jetzt auch die Geldpolitik natürlich sich geändert hat. Der monetäre Klimawandel deutlich ausgeprägt ist. Jetzt hat sogar Andrew Agassi für Proletaria FED Kashkari, nämlich Neil Kashkari, der das dorischste Mitglied der FED, hat jetzt gesagt, ja, wir müssen vielleicht doch die Zinsen ein bisschen stärker anheben. Also wenn Kashkari das schon sagt, dann ist einiges am Start. Hier jetzt eine Umfrage unter den wichtigsten Analysten, die sagen, ja, wir müssen unsere Zinserwartungen hier nach oben nehmen, was dann wiederum die Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich anhebt. Und Stephen Roach, der für Morgan Stanley eine bedeutende Rolle gespielt hat, ein sehr bekannter Mensch ist, nicht nur in den USA, der sagt hier in einem CNBC-Interview, das Inflationsproblem ist widespread, persistent und likely to be protracted. Also das Problem ist viel, viel größer. Und die Märkte sind nicht mal nah dran, die ganzen Dimensionen und Konsequenzen dieser Inflation wirklich einzupreisen. Und das zeige, wie tief das Loch ist, in dem derzeit die FED und Jerome Powell sitzen würden. Also ein bisschen skeptische Töne, aber manches deutet eben auf eine längere Inflation hin. Und wir hatten vorhin diesen Zusammenhang Inflation, Aktienmärkte, Benzinpreis. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Aktienmärkten wieder mal dahin kommen würden, wo wir am Jahresanfang stünden, und das wären beim S&P 500 etwa 18% mehr, beim Nasdaq fast 30% mehr, dann wäre es immer noch so, dass wir praktisch aufgrund des Kaufkraftverlustes durch Inflation 5 oder 6%, 7%, 8% weniger Kaufkraft hätten. Das darf man sich nicht in die Tasche lügen. Und faktisch dürfte die reale Inflation ja ein bisschen höher liegen, wie wir hier in diesem Bild sehen. Das eine ist die offizielle Inflation, das andere ist die sogenannte wirkliche Inflation. Wenn Sie sich bestimmte Preise mal anschauen, die sind teilweise um 30, 50, 100% gestiegen. Das kommt mit den Berechnungen wahrscheinlich in diesem Warenkorb nicht wirklich zum Ausdruck. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich diese Inflation, dieses Umsteuern der FED-Politik, diesen monetären Klimawandel eingeleitet hat, unter dem besonders die Tech-Werte leiden. Wir sehen, dass jetzt etwa die FANG-Stocks 2 Billionen an Marktkapitalisierung verloren haben, in gar nicht so langer Zeit. Und jetzt wird auch die Wallstreet ein bisschen unruhig. Jetzt hatten wir gestern 162 Downgrades bei lediglich 62 Upgrades. Normal ist das Verhältnis andersrum. Die Analysten sind immer total bullish und stufen Aktien rauf. Ganz selten, dass es mal eine Sell-Empfehlung gibt. Jetzt haben wir es genau andersrum. Könnte ein Kontraindikator und ein Hoffnungszeichen für die Bullen sein. Zumal wir jetzt beim nächsten Composite ganz unten am Bollinger-Band angekommen sind. Normalerweise gibt es da Swings dann wieder nach oben. Und zumal JP Morgan, die ja in Gestalt von Marco Kolanovic immer gesagt haben, beiße, tippe, beiße, tippe, beiße, tippe. Jetzt irgendwie so auf die Nase bekommen haben, dass sie gesagt haben, also wir sehen noch weiteres Abwärtspotenzial für den S&P 500. Da sollten Bären bei solchen Aussagen wirklich vorsichtig werden, wenn JP Morgan jetzt bullish wird. Aber gucken wir uns mal hier auch wieder von Michael Silver, Figuring out Money, eine schöne Grafik an, die zeigt Big Tech. Und das alles, also verschiedene Big Tech-Aktien wie Microsoft, Apple, Tesla, unten ganz unten ist Tesla, Google, Appelle, also die Aktien, die zuletzt ja unter Druck gekommen sind, in Relation zu ihren gleitenden Durchschnitten, alle praktisch drunter. Trend nach wie vor abwärts gerichtet, während wir defensive Sektoren wie Anleihen, wie Gold, nach wie vor in einem Aufwärtstrend sehen. Hier, was hier eingekreist ist von Michael Silver, das ist Consumer Staples, die ja zuletzt massiv verloren haben, oder dieser Sektor, weil eben Target und Walmart, die in diesem Sektor zugerechnet werden, eben so stark auf die Mütze bekommen haben. Da treffen wir jetzt auf einen gleitenden Durchschnitt. Das könnte es in diesem Sektor erstmal gewesen sein. Ähnlich wie bei Gold sind wir jetzt oben durchaus, haben wir Trendlinien getestet. Kommen wir zum aktuellen Geschehen. Gestern etwas seltsamer Tag, relativ volumenschwach, leichte Minuszeichen, vor allem beim Dow Jones. Wir sehen ziemlich gemixte Sektoren-Performance auch. Wir haben Consumer Staples ganz unten, aber auch Technology, also defensiver Sektor und Risk-on-Sektor ganz unten. Wir haben oben Materials, Healthcare Materials, eigentlich ein eher Risk-on-Sektor. Läuft also gut, wenn Risikobereitschaft da ist. Healthcare ist ja ein defensiver Sektor, also passt dir nicht alles wirklich so zusammen. Ein ziemlich verwirrendes Bild, was wir da gesehen haben. Und ziemlich verwirrend ist auch, wenn wir jetzt mal zu meinem 23,4-besten Freund kommen, Elon Musk, der ja jetzt so ein bisschen zweifelt, ob er Twitter kaufen soll, weil es sind ja so viele Fake-Accounts. Ah, ich kann nicht kaufen, die Fake-Accounts. Und er will natürlich vermeiden, dass er eine Milliarde Dollar an Strafzahlung leisten muss, wenn der Deal nicht zustande kommt. Das war vertraglich vereinbart. Jetzt gibt es eine Studie, die hier vom Manager-Magazin eingesehen werden konnte, dass sogenannte Twitter-Bots, also praktisch künstliche Intelligenz-Bots, keine echten Menschen, die Tesla-Aktie systematisch nach oben gepusht haben. Und das ist natürlich wie ein Treppenwitz der Geschichte. Es ist wahrscheinlich, es sind solche Twitter-Bots, die die Tesla-Aktie maßgeblich mit nach oben getrieben haben. Erst machen sozusagen diese Bots auf Twitter Stimmung für Tesla, dann springen Privatanleger mit drauf, dann sind vielleicht die einen oder anderen Kumpels von Elon Musk dabei, Optionen zu kaufen auf der Long-Seite, also Call-Optionen. Dann bringt Elon Musk eine wunderbar positive Nachricht für Tesla raus oder twittert etwa etwas Positives. Dann steigt die Tesla-Aktie, das wiederum zwingt die Market-Maker, die diese Optionen verkaufen, sich abzusichern, indem man physisch dann, wenn alle auf steigende Kurse spekulieren, über Call-Optionen, eben auch die Tesla-Aktie kauft. Und jetzt beschwert sich eben Elon Musk, ja, ich will Twitter vielleicht nicht kaufen, oder Preis ist zu hoch, weil es so viele Bots gibt, die wahrscheinlich einer der zentralen Gründe sind für seinen Reichtum mit der Tesla-Aktie. Also ist die Welt wirklich ausreichend lustig, damit man immer wieder gute Laune hat. Jetzt hat Elon Musk getwittert, wenn es einen Skandal gibt über mich, und es dürfte in Zukunft einige Skandale geben, denke ich, please call it Elon-Gate. Ja, da werden wir uns dran halten. Elon-Gate ist eine gute Bezeichnung. Twitter hat jetzt übrigens alle Tweets oder will jetzt alle Tweets, die Miss-Informationen enthalten, also Fehlinformationen enthalten. Da will man alle Likes und alle Retweets und Shares deaktivieren. Schlechte Nachricht für Elon Musk und die Fed. Dann könnte man sagen, jetzt vielleicht noch mal kurz zu diesem Thema Inflation, Lieferengpässe. Jetzt werden wir die Situation haben, wenn der Lockdown in China aufgehoben werden sollte. Hier sehen wir mal hunderte von Schiffen, die vor chinesischen Häfen warten. Wenn das Ganze jetzt wieder losgeht, dann werden wir einen unglaublichen Stau erleben, weil dann diese Abfertigung in China wieder passiert. Dann strömen alle Schiffe gleichzeitig, versuchen gleichzeitig rauszuströmen, um ihre Waren zu liefern. Das dürfte zu chaotischen Zuständen führen. Wir sehen hier auch, dass die Frachtraten eben während des Lockdowns in China deutlich gefallen sind. Und was wollte ich noch Ihnen zeigen, meine Damen und Herren, wenn es denn kommt? Hier sehen wir, dass China jetzt komplett, oder chinesische Notenbank, komplett den anderen Weg als die Fed wählt. Hier hat man jetzt 5 Billionen in die Wirtschaft wieder gepumpt. An Stimulus, das ist zwar weniger als 2021, weniger als 2020, aber mehr als 2021. Jetzt haben chinesische Banken Schlüsselzinssätze gesenkt. Man senkt die Anforderungen, etwa ein Eigenkapital für Immobilienkäufer, um den Immobilienmarkt zu stützen. Und all das hat sehr, sehr gute Gründe, denn die Wirtschaft in China ist richtig, richtig unter Wasser. Und jemand, der in China lebt, hat hierüber einen Artikel geschrieben, der mal die Konsequenzen zeigt. Was bedeutet das eigentlich für Menschen, wenn das und das passiert in China und welche Bedeutung könnte das für uns dann haben, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ebenso wie hier nochmal einen Hinweis darauf, wie schwierig die Situation jetzt auch für Taiwan werden könnte. Gestern hat der Hu Xixin getwittert, ja, also, wenn wir Taiwan erobern, dann machen wir das mit einem Blitzkrieg und so, dass die Amerikaner keine Allianzen bilden können. Das ist schon eine ziemlich direkte Ankündigung. Und die USA beraten jetzt Taiwan praktisch darauf vor und sagen, guckt, die Situation in der Ukraine zieht eure Lehren draus, asymmetrische Kämpfe etc. Also da ist echt was im Push. Kommen wir nochmal zu den Situationen hierzulande. Hier haben wir heute die Erzeugerpreise bekommen. 33,5% Erzeugerpreise sind ja die Kosten für die Unternehmen, die werden sie weitergeben an die Konsumenten. Wenn sie es nicht schaffen, frisst es in die Marge rein. Eigentlich war nur 31,5% erwartet, 33,5% kam es raus. Eigentlich nur erwartet zum Vormonat plus 1,4%, faktisch plus 2,8%. Also wieder mal über der Erwartung. Das ist der höchste Stand, den wir jemals hatten, seit es diese Daten gibt, seit dem Jahr 1949. Und das, wie gesagt, wird natürlich auch auf die Inflation hierzulande dann massive Konsequenzen haben. Ich will nochmal hinweisen auf eben zwei Artikel. Der erste Artikel, warum explodierende Treibstoffpreise die US-Wirtschaft abwürgen. Und zwar so, dass jetzt sogar die amerikanische Regierung gesagt hat, mit den Europäern, mit dem Öl-Embargo gegen Russland, vergesst das mal, weil das bringt auch bei uns dann die Preise nach oben. Das ist wirklich eine hervorragende Situation, die wir hier sehen. Da zeigen sich Widersprüche, Interessenskonflikte etc. Und der zweite Artikel, den ich vorhin schon angesprochen hatte, die Lage der Wirtschaft. Es ist nicht schlimm, es ist schlimmer in China. Und unten sehen wir eine Grafik, die Global Debt Bubble, Economic Reality. Und es gibt kein Land der Welt, meine Damen und Herren, das prozentual höher verschuldet ist als China. Vor allem, weil der staatliche Unternehmenssektor so massiv verschuldet ist. Der Staat an sich ist kaum verschuldet, aber der Unternehmenssektor, das im Verhältnis Schulden zu BIP, in China über 300%. In Griechenland sind es, glaube ich, 190 oder irgendwie sowas. Also, das zeigt einmal die Dimension. Also, diese beiden Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.